So, aber wollen wir doch mal mit dem direkt Betroffenen sprechen? Was sagt ein ganz normaler Pöstler zu einem neuen CEO der Post? Bei mir ist als Gast Stefan Siedler. Er ist Pöstler in Schnitzwil. Herr Siedler, der neue Postchef will, dass Post Nummer 1 in der Welt wird. Was heisst das denn für Sie? Schnitzu. Hä? Schnitzu, nicht Schnitzwil. Schnitzu, sagen wir Schnitzu. Also gut, was heisst die beste Post? Was heisst das für Sie, Schnitzu? Schnitzu heisst natürlich die beste Post der Welt. Das heisst für uns Schnitzu zum Beispiel, dass wir nicht nur die schnellste A-Post haben von der Welt, sondern auch die langsamste B-Post der Welt. Und vor allem sind wir in der Schweizer Post ja die einzige Post der Welt, die nicht nur unterscheidet zwischen A- und B-Post, sondern auch zwischen E- und U-Post. E- und U-Post, können Sie das vielleicht erklären? Ja, also U-Post für die möglichen, einfachen Sachen, so ein Dankesbrief zum Namenstag vom Grossi oder so, oder so eine Geburtstagskarte, die man auf tun kann und dann jodelt da irgendwie ein Murmeli drin oder so. Einfach so etwas einfaches für den Titelmaus-Pöbel aus der Agglomeration. Und dann auf der anderen Seite so die E-Post, also so das elitäre, kulturell hochstehende, das Traurige, wo es nichts zu lachen gibt. Also Todesanzeigen, Abschiedsbriefe und die NZZ. Also beste Post auf der Welt. Gleichzeitig werden sehr viele Poststellen geschlossen, Posten entlassen. Haben Sie da keine Angst, dass Sie weg rationalisiert werden für den neuen CEO? Also, dass wir gekündigt werden? Mhm. Nein. Nein, wir werden nicht gekündigt, da habe ich keine Angst. Weil in der Schweiz muss ja eine Kündigung, damit sie rechtskräftig ist, per eingeschriebenen Brief bei diesem ankommen. Und jetzt nicht sagen, wer die eingeschriebenen Brief für uns die Schnitzel ausdreht, aber ich kenne ihn gut. Also... Nein, das wird nicht passieren. Trotzdem ist es natürlich wichtig, da hat Roberto, wir sind ja alle alle miteinander, hat er natürlich recht, wir müssen bei der Post sparen. Und es ist irgendwie auch wichtig, dass man auch zu verstehen gibt, dass Sparen an sich nicht einfach schlecht ist. Also, Post sollte da vielleicht auch eine neue Kommunikationsstrategie fahren und vielleicht auch da immer einen neuen Claim an der Öffentlichkeit weitergeben, dass Sparen nicht nur schlecht ist. Keine Ahnung zum Beispiel, dass man sagt, wenn es Personal nicht kostet, Post. Oder Geiz ist gell. So etwas. Wo sehen Sie denn ganz konkret, jetzt spart Potenzial bei der Post? Also gut, wir müssen einfach mal ganz klar anfangen über den Briefkastenrand rauszuschauen. Wir haben zum Beispiel gehört, dass ja der Bundesrat Maurer hat ja gesagt, er will, dass die Schweizer Armee die beste Armee der Welt wird. Jetzt hat unser Chef Roberto gesagt, wir wollen, dass die Schweizer Post die beste Post der Welt wird. Jetzt ist natürlich klar, was wir machen müssen, ganz einfach, und zwar fusionieren. Also die Schweizer Post und die Schweizer Armee zusammenlegen. Die Armee und die Post zusammenlegen? Sicher. Und dann? Ja. Post-Armee. Die gelbe Gefahr. Die heute hat die harte Armee ist da. Gerade so. Da lösen wir so viele Probleme auf einmal. Stellen Sie sich mal vor, der Schweizer Soldat, jeder Schweizer Soldat wäre automatisch ein Postler. Jeder Poster automatisch ein Soldat. Das gibt eine riesige Armee von Postlern. Ein riesiges Ding. Das ist eine richtige Milizarmee, wenn man es so sagen will. Und stellen Sie sich mal vor, nur schon rein logistisch, weil wir da alles sperren müssen. Dann müssen zum Beispiel die Post und die Armee nicht mehr für sich je korrupt sein, sondern dann könnte man gleich zusammenlegen. Oder auch logistisch bei den kleinen Sachen. Stellen Sie sich vor so eine Art Express-Päckchen-Versand per Panzerhaubitzen. Wirklich. Da fährst du einfach vorne hin und machst einen FUBUM. Oder? Dann ist das Zeug dort oben. Da musst du nur schnell läuten. Wenn er nach zwei Sekunden nicht antwortet, einfach aufs Dach zielen. BUM! Dann ist das Zeug dort drin. Oder bei Streu-Versand, Werbungen zum Beispiel. Du könntest zum Beispiel sagen, gut, da fliegen wir jetzt einfach flächendeckend mit dem Streubomber über die Stadt und lassen sie einfach runter. So Rosinenbomber, aber von den Kantonen, quersubventioniert. Oder auch, dass die Postler alle bewaffnet wären. Das wäre auch gut. Jeder Postler mit einem Sturmgewehr. Da hätten wir aber keine Angst mehr vor diesen Hunden. Wenn wir da in den Garten laufen, können wir dann sagen, ja, Bello, komm dich nur da hin. Anpost für dich, Porto zahlt der Empfänger, du! Sehr schön. Herr Seidler, danke für das Expressgespräch. Danke. Schnitzel. Im Moment über Payment. Untertitelung des ZDF, 2020